Was soll erst mal weg da? Das Teil kommt doch dann bestimmt dahin, wenn es jetzt da steht. Harry? Oh, Potter. Manchmal hasse ich dich. Weißt du das? Das soll ganz weg... Geht das jetzt schon wieder nicht mehr, oder was? Soll einfach nur da irgendwie hin? Mr. Potter! Das ist nicht ihr Ernst, was sie da gerade mit mir tun. Ja, ich gehe mal davon, dass das so irgendwie soll. Aber es ist ja klar, dass das nicht hält. Ja, das ist mir klar. Nein, lass das da. Kann das nicht einfach mal irgendwie da stehen bleiben? Irgendwie vielleicht... Ich will doch nur den Mittelpfeiler dahin tun. Dass das vielleicht mal irgendwie geht. Runter, runter. Ja, so wollte ich das auch nicht. Nein, das obere Teil, das obere Teil... Hab ich mir hier eine Scheiße zusammengebastelt. Ja, ah, ah. Nein. Da hin. Danke. Ja, das ist genau ein Ding. Oh, Gott. Oh, Mann. Ja, so ist doch perfekt. Ja, ist klar. Und das hält so, ist klar. Äh. Ach, nö. Das andere Teil... Harry Potter. Nein. Ich hasse diese Brücke jetzt schon. Wisst ihr das? Wie kann man das so gaga machen? Ich hab ja verstanden, wie es zusammengehört von Anfang an. Aber diese Umsetzung ist doch einfach nur beschissen. So. Ja, das... Das kann ich halten, Herr Potter. Jetzt aber. Ja, und was mach ich bitte auf der Seite? Krieg ich da nochmal Teile für, oder... Weil das ist ja schön und gut, dass ich da jetzt rüberkomme, aber... Naja. We try it and then I will say, ob es geht on or not. So. Make the other thing bitte hoch. Dankeschön. So. Das üben wir doch jetzt nochmal. Noch ein armer Ritter, der ein Schwert... Der einen Kopf ins Schwert kriegt, wollte ich gerade sagen. Naja. Dann belassen wir das einfach da. Weil, wenn das denn irgendwie geht. Höh. Das geht. Das geht bestimmt. Wenn ich ja wüsste, dass Harry da in der Mitte stehen bleibt, dann würde ich ja wechseln. Dann würde ich wechseln, wenn ich wüsste, dass Harry da stehen bleibt. Aber der springt dann bestimmt so bescheuert, wie er ist, wieder runter. Falsches. 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 Ja, danke. Oh, Mann. Hoi, hoi. Hä? Was war das jetzt, Mr. Potter? Was war das? Das nenne ich Arbeitsverweigerung. Tom, komm mit. Mann. Ja, komm, Tom. Ich fasse es ja nicht. Oder muss ich mir die Teile selber da jetzt hinzaubern von der anderen Seite? Kann natürlich auch möglich sein. Na komm. Nimmst du das jetzt nicht mehr? Ah, doch. Wenn das jetzt wirklich geht mit den Teilen, ich versuche das jetzt einfach mal, weil umsonst ist das bestimmt nicht. Ach nee, davon nimmt er gar keinen Teil mehr, weil das fertig ist. Okay. Ah, ging doch. Oh, nö. Muss ich jetzt nochmal von dem Trank trinken? Nein. Nicht euer Ernst. Das ist doch absolut nicht euer Ernst, oder? Ja, gut, dann trinke ich halt nochmal von dem Scheißtrank, von dem Gebräu hier. Naja, auf jeden Fall weiß ich jetzt, dass man gut da drüber kommt. Ja, komm, Verwandlung. Geht doch schnell. Tom. Beeil dich, Tom. Danke, Tom. Auf mich lässt der Zauber nicht so schnell nach. Boah. Mr. Potter. Gott sei Dank. Nein, zieh da dran. Die arme Sau. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, vielen Dank. Finde ich gut. Kann ich hier noch was machen? Ja, da... Da kommt doch bestimmt dieses Teil von dem Schrank hier rein, oder? Da war doch eben... Da. Aber da machen die Jungs ja nichts. Kann ich zweimal in die Vergangenheit, oder? Weil man ja das nur machen kann, wenn man gewisse Sachen noch nicht gelernt hat. Naja, egal. Gehen wir erstmal hier weiter. Tom Riddles Tagebuch. Ach, ehrlich. Erzählt mir ja ganz was Neues. Oh, Hi Dumbledore. Oder wer auch immer du bist. So. Ich hasse es, wenn ich so viele Wege habe und so viele Möglichkeiten, wo ich lang gehen kann. Also ich würde behaupten, wo die Münzen sind, da kommt man bestimmt lang. Und da gehe ich wieder zurück. Ja, gut. Denne? Na, Denne habe ich nichts gesagt. So, Münzen, Münzen, Münzen. Tolle Vergangenheitsmünzen. Komm, komm zu mir. Oh, dass das immer so lange dauert, bis die dann an sind hier. Danke. So, ich befü... Ey, Tom, du hast mir mein Herz geklaut. Ach, darin kann ich mich bestimmt wieder... Ah, doch nicht. Ich hätte jetzt drauf gewettet, dass wir uns da drin wieder verstecken können. Na ja, dann halt nicht. Was ist das, ein besoffener Lehrer oder was? Ich glaube es ja nicht. Ich fasse es ja nicht. Damals waren halt noch andere Zeiten in der Schule. Ah, irgendeiner meckert hier schon wieder. Ah, okay. Das Skelett da hinten ist die Härte. Das ist wirklich die Härte, das Skelett. Na, Spinne hat schon wieder ein neues. Ach, du tanzt jetzt auch. Aha. Ob ich hier noch irgendwas übersehen? Und jo. Ach, hat sich wieder gedreht. Gut. Komische Treppe. Was hast du, liebes Bild? Was hast du für ein Problem? Ach, danke schön. Vielen Dank. Finde ich gut. Oh Gott, sind das gefährliche Treppen hier. Das sind wirklich gefährliche Treppen. Ah, Bücher. Da war noch was, was ich gerne angezaubert hätte. Noch was? Nö. Nein! Harry ist very verstorben. Das tut mir sehr leid. Aha. Ah, verstehe. Lalalalalalalala. Lalalalalala. Das ist echt zu geil. Das ist übelst geil. Herr Riddle, sind Sie jetzt auf der anderen Seite? Ja, Sie sind es. Sehr schön. So, Herr Riddle. Ach, wieder eine Schlange. Ach, ja. Ist okay. Und dich brauche ich bestimmt, um da oben dran zu kommen. Ach, wenn wir draufstehen, geht's mal wieder nicht. Logisch. Äh, Herr Riddle, hätten Sie die Güte. Ah, gut. Sehr schön. Ach, wieder jemand, der schläft. Nicht mehr lange, befürchte ich. Ja, ich sag ja, nicht mehr lange. Ach, Münzen. Wo ist der Lehrer? Haben wir den jetzt getötet, oder was? Oh, Mann. Ach, wir haben uns ein Trampolin gebastelt. Juhu. Na, komm. Ganz hoch, bitte. Kriegst du das nicht hin? Da ganz hoch? Nö. Achso, weil wir hier hoch müssen. Gut. Warum spiele ich eigentlich mit... Ach, nee. Was hat denn der alles für Zauber? Der hat aber schöne Zauber, der Gute. Naja, gut. Der ist ja auch schon ein paar Schuljahre höher als wir. Gib mal das her. So. Danke. Danke. Ich möchte hier noch weiter hoch. Das wäre sehr schön. Na, kommen Sie, Herr Riddle. Tun Sie mal was für Ihr Geld. Obwohl Sie kein Geld bekommen. Ach, den Zauber haben Sie auch. Ach, danke für die Teile. Vielen herzlichen Dank. Na, komm. Eigentlich muss man da hochkommen, aber egal. So, jetzt möchte ich wieder mit Harry spielen. Mit unserem tollen Zauberlehrling hier. Ach, die Teile soll ich wieder irgendwo... Ja, das ist ja nicht schwer. Das ist ja nicht schwer. Herr Riddle, könnten Sie es bitte unterlassen, mir immer hinterher zu kommen? Da bin ich nicht sehr begeistert. Begeistert. Äh. Herr Riddle? Der Junge macht mich wahnsinnig. Ganz ehrlich. Ach, wir bauen das Schloss um. Schön. Haben wir eine Baugenehmigung? Da liegt noch eine Münze. Ich will aber nicht runterfallen. Herz. Wie oft kann ich das auseinander bauen und hin und her? Herz. Hallo, Hagrid. Hast du deine Vibrator-Sammlung versteckt? Nein, nein, nein. Das ist nicht das Monster aus der Kammer. Nein. Vor allem noch voll klein damals. Herr Riddle. Tja, Herr Riddle. Herr Riddle. Herr Riddle. Herr Riddle. Herr Riddle. Herr Riddle. Hallo, Hermine. Du bist ja keine Katze mehr. Ach nee, das ist gar nicht Hermine. Das ist Ginny. Wir sind, wir sind, wir sind, wir sind. Level abgeschlossen. Na, wie viele Wappen habe ich dieses Mal? Nur eins. Naja, egal. Wahrer Zauber. Ich werde ja immer besser. Ja, komm. Ich spiele trotzdem noch weiter. Auch wenn ich eigentlich aufhören will. Aber komm, wir spielen weiter. Ich habe ja gesagt, ich mache das zweite Schuljahr heute zu Ende. Wenn ich es denn... Ihhh. Uah. Boah, da schüttelt es mich ja gerade richtig. Vor allem... Boah, nee. Ich mag keine Spinnen. Ernsthaft jetzt. Aber ich weiß. Gut. Du bist. Ich mache das päinchen. Ich mache das mal. Aber ich mache das.